Jana Palaske muss mit dem Massimodo einen Slowfox zu You Can Leave Your Head On von Joe Cocker aus Neuneinhalb Wochen vollführen, wobei eigentlich das Lied nicht für neuneinhalb Wochen geschrieben wurde oder so. Der Film hat's einfach dafür verwendet. Na jedenfalls wollte man hier aus dem Film eine Striptease-Szene nachspielen, beziehungsweise tänzerisch nachspielen. Das ist wirklich extrem gut gelungen. Man hat sich hier wirklich nach und nach ausgezogen und war zum Schluss sehr, sagen wir, hautbetont noch übrig. Also man war natürlich nicht ganz nackt. Ich meine, der Lambi meint ja nicht umsonst hier Show für die ganze Familie. Wobei, ob das hier noch sich die kleinen Kinder ansehen sollten? Auf jeden Fall war das echt gut gemacht. Sehr gute Show. Für meinen Geschmack hätten die tänzerischen Passagen noch weiter reduziert worden sein können. Aber im Hinblick des Tänzerischen warst du wahrscheinlich sozusagen für den, der mehr auf den Tanzwert legt, sicherlich nicht die beste Sache, aber mir ist das völlig scheißegal. Also die Show muss stimmen. Ich meine, das ist hier eine Sache, eine Show für den Zuschauer. Und es muss einfach gut aussehen. Und es sah ja wirklich super aus. Also kann man sich gar nicht beschweren, eigentlich.